liebe freunde der freiheit es kündigt sich eine große nachtaktion in berlin an und wie ihr seht ist da schon ordentlich team blau unterwegs richtung berlin und zwar sogar mit blaulicht aber wir sind natürlich auch auf dem weg nach berlin für euch denn wir werden wie gewohnt von diesen aktionen berichten ich bin gespannt was wir doch was wir treffen werden wir haben auch überall schon natürlich informanten die uns entsprechend mit den aktuellsten informationen versorgen und ich bin gespannt was von dem dann tatsächlich vor ort anzutreffen sein wird was angekündigt wurde auf jeden fall sieht die polizei hier demzufolge bedarf von zuckerverstärkung aus sachsen zu holen wir melden uns wieder